Hallo Leute, heute mal ein ungewöhnliches Tutorial von mir, und zwar Feinwäsche in der Salatschlöner. Ich muss seit einiger Zeit ja leider wieder Kompressionsstrümpfe tragen, aufgrund einer sehr schweren Thrombose und einer mehrfachen Lungenembolie, die ich vor kurzem erlitten habe, und habe jetzt natürlich wieder ein paar Kompressionsstrümpfe, die müssen regelmäßig ausgewaschen werden, die sind auch Maschinenwasch geeignet, allerdings schmeiße ich für ein paar Strümpfe die Maschine nicht wirklich an, weil es lohnt sich nicht. Und das Ganze mit der Hand zu waschen, habe ich auch keine Lust drauf, also kam ich auf die Schnapsidee, meine Salatschlöderzweck zu entfremden, die ungenutzt im Schrank steht, und das müsste eigentlich genauso gut funktionieren, und das Gute ist, man kann sie auch als Schlederzweck entfremden. Ja, wie gesagt, das eignet sich natürlich auch für die Damen, für BHs und Dessous. Was ihr braucht halt, die Salatschlöder, wenn ihr sie anschließend für Salat verwenden wollt, bitte, 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 gut gründlich ausspülen, ansonsten schafft euch eine separate an. Ja, ansonsten heißt es bloß, Wasser in die Salatschlöder, ungefähr Viertel bis maximal halb füllen, dann einen Schuss Feinwaschmittel, dann das zu waschende gut einweichen, und dann den Deckel der Salatschlöder einfach aufsetzen und das Ganze wie in einer maschinellen Wäsche links und rechts irgendwie ist bei mir die Salatschlöder nicht richtig eingehakt, drehen dann das Ganze natürlich aus dem Waschwasser befreien, mit klarem Wasser nachspülen, vorher nochmal ausbringen. Das Ganze eignet sich auch für ältere Personen, vielleicht für Oma und Opa, die sowas tragen müssen und die halt nicht mehr in der Lage sind, ihre Hände so adäquat zu benutzen, also die motorische Einschränkungen haben. Dann machen wir halt mal einen Spülgang. Geht relativ zügig und relativ flott. Dann das Ganze natürlich auch hier wieder kurz ausdrücken und jetzt der Schleudergang letztendlich einmal die Schleuder wieder aufsetzen das Ganze ausdrücken, das Schleudergang, nochmal das Ganze. Ein gruseliges Geräusch, aber es funktioniert nicht, wie ihr seht. Und ihr habt fast trockene Feinwäsche. Das war's von mir an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!